Der Countdown läuft. Langsam aber stetig rückt Linz 09 in greifbare Nähe. Die Stimmen der Kritik sind deswegen nicht leiser geworden. Dafür ist die To-Do-Liste einfach noch zu lang. Wenn auch sonst noch vieles nicht passt, zumindest auf eine herzliche Begrüßung können sich Kulturgäste im nächsten Jahr freuen. In insgesamt 48 Sprachen heißt der Gasometer der Föst in Zukunft Besucher von Linz willkommen. Noch bis Herbst soll Tag für Tag gepinselt werden, was das Säug hält. Aber schon jetzt lässt sich erahnen, dass der Turm künftig als Willkommensbote fungieren wird. Allen Kritiken zum Trotz, zumindest bei der Föst malt man sich die Kulturhauptstadt in den schönsten Farben aus.